So Leute, herzlich willkommen bei Gravel Dennis. Wir sind im Thief Simulator. Wir müssen ja ein bisschen leise reden, damit wir nicht erwischt werden. Und wir starten gleich ins Spiel rein und wir schauen mal, ob wir irgendwas klauen können. Das uns aber auch niemand erwischt. Ja, bin ich mal gespannt. Bin mal gespannt, wie das Spiel aufgestellt ist. Ich gehe ungeschminkt rein. Ich habe das Spiel, spiele ich die erste Minute oder die zweite Minute jetzt quasi mit euch. Und da bin ich mal gespannt. Und bin gespannt, wie das alles ist mit euch. 4% muss es noch laden und dann schauen wir mal, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Seid ihr gespannt? Machen wir die Dunkel. Wir haben viel zu erledigen. Okay. Brechstange aufheben. Quickstart. T. Mach halt auch einen Quickstart, oder? Quickslot. Du kannst Gegenstände in den Quickslot unterbringen, um schneller auf die Zug greifen zu können. Gehe in den Vital und drücke auf Quickslot-Taste. Auf Quicklost-Taste. Was ist denn Quicklost-Taste? Wo ist denn die Quicklost-Taste, bitte? Hör, wo ist denn die Quickstange? Wo ist denn die Quickstange, Leute? Brechstange in Kürze ablegen. Ach so. Okay. Ach so. Ach so. Jetzt hier. Halt ihr bereit? Brechstange zerschlagen. Oh, wie erschreckt hier, ey. Okay, wir schleichen. Da ist die Frau, die schaut. raus. Habe ich es geschafft? Meide das Licht. Das ist ja... Leute, das ist ja so wie im echten Leben, so ungefähr, weißt? Oh, wie schlafen du es nicht? Oh, wie schlafen. Ach so, das ist ja so. Oh, wie schlafen. ist gut gemacht leute ist gut gemacht ok schleich uns weiter das fenster mit der brechstange einschlagen gut gemacht time to redistribute a little well Leute, wir sind eingebrochen. Wer ist? Ich bin gerade so spannend. Wir drucken uns wieder. Und dann geht's ab zum Auto. Wo muss ich denn hin, Leute? Oh, ich wurde geschnappt, Leute. Ich wurde irgendwie geschnappt. Aber wir laden das im Checkpoint. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Wo kann ich denn sagen? raus? Leute, ich möchte hier raus. Wo kann ich denn hier raus? Ja, wir haben es geschafft. Aber wir haben es geschafft, Leute. Verlass den Tatort. Na logisch, verlass den Tatort. Leute, ich glaube, wir haben unseren ersten Beutezug gemacht und zwar Brechstange 00XP Taschenlampe alten Toaster Teekessel haben wir halt bekommen. Diebstahl Rating A schließen. Ja, sehr cool. Da haben wir uns durch die Welt geschlichen und das war unser erster Auftrag, Leute. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Euer Gravy Dennis. Ciao. Ciao. Ciao.